Ich muss leider etwas gestehen. Was denn? Ich sage ja im Podcast eigentlich immer, ich muss gestehen, aber jetzt muss ich wirklich was gestehen. Ich finde den gut, aber ich finde den nicht so gut. Dann erklär mal warum. Ich mag den Look so gern. Live is very complex stuff. Alle Genres, alle Möglichkeiten, sehr schön fand ich. Das weiß ich sogar und Wikipedia. Bam, jetzt hier. Bam, bam, bam. Herzlich Willkommen zum Telehorst. Der Telehorst. Herzlich Willkommen. Der Telehorst. Telehorst. Horst, 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 Horst. mit so einem komischen, skandinavischen durchgestrichenen Ohr. Ich zähle von drei runter und auf null klatschen wir alle kurz, okay? Dann kann ich das wieder aufeinanderlegen. Okay. Gut. Drei, zwei, eins, na toll. Ich dachte, du sagst null. Na, auf die null klatschen wir. Drei, zwei, eins, null. Was jetzt? Drei, zwei, eins, null. Auf die null klatschen wir. Habt ihr eine Verzögerung? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf deine null geklatscht. Ich habe nichts gehört, weil ich geklatscht habe. Noch einmal. Drei, zwei, eins, null. Ja, das wird schon passen. Ich weiß schon, was ich die ganze Nacht wieder mache. Ja, was machst du denn die ganze Nacht? Das ist jetzt schon der Anfang. Das hier schneiden. Ja, das ist jetzt der Ding, weil der Andi wird schneiden. Und zwar diese Folge hier vom Telehorst. Guten Abend, alle miteinander. Mein Name ist Max. Mich kennt jeder als den schlechtesten Moderator vom Tele-Stammtisch. Und neben mir in meiner Buchse sind Andi P. aus Apelitzki. Grüß Gott. Grüß Gott miteinander. Märchenhafte Grüße. Und der Stu grüßt ihn. Hallo. Ach, fängt schon wieder gut an. Wir haben uns wieder ein tolles Thema ausgesucht heute. Und zwar, wer den Telehorst jetzt schon in den letzten Folgen verfolgt hat, der wird schon mitbekommen haben, dass wir uns immer einem etwas spezielleren Thema widmen, was Filme angeht. Und dieses Mal geht es um Realverfilmungen, die auf Märchen oder Sagen oder Legenden basieren. Ja, jeder von uns hat sich was ausgesucht. Was habt ihr denn mitgebracht? MMM, nach langem Hin und Her, wir haben es uns ja diesmal nicht leicht gemacht. Ich hatte ja viele Ideen und so und dann haben wir das doch immer wieder ein bisschen eingegrenzt und gesagt, nee, das zählt nicht. Ich habe zum Beispiel einen meiner Lieblings Stop-Motion-Filme wieder rausgekegelt, weil du hast ja das letzte Mal gesagt im Cast Realverfilmungen, die auf Märchen oder Sagen basieren. Deswegen ist Peter und der Wolf heute nicht dabei. Sind wir deswegen traurig? Nein. Ich schon ein bisschen. Stu fühlt seine Rolle gut aus heute. Sind wir leider, aber Peter und der Wolf damit verbinde ich halt einfach Grundschul- Musikunterricht. Ja, im Ohr mit Holzklöpfen aufeinander. Schaut mal, ich glaube, den gibt es auf, wie heißt diese Seite, nicht Vimeo, sondern Daily Motion oder so. Da gibt es den Film in voller Länge, so eine halbe Stunde Stop-Motion. Sehr, sehr schöner Film. Zieht ihn euch rein. Naja, und dann, naja, lange Rede, kurzer Sinn, Sweeney Todd bei mir. Nein, Steepi Hollow. Komplett ver... Ach, scheiße. Ich wusste es, ich wusste es, ich verwechsel die beiden immer, die klingen aber auch so ähnlich. Die sollten so eine Rubrik einführen im Telehost. Previously not on Telehost. Sweeney Todd, Sleepy Hollow, Johnny Depp, Tim Burton. Mensch, da kann man doch durcheinander kommen. Naja, naja, beruht auf der uralten Sage von dem kopflosen Reiter. In diesem Fall auf der Sage von der schläfrigen Schlucht, aber dazu mehr später, eventuell. Ich glaube, deinen machen wir ganz am Schluss. Würde ich sagen. Ist der bekannteste, oder? Ah, das machen wir wieder genau, stimmt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist der Beste. Jetzt nicht, naja, zu später. Ja, das kommt ganz drauf an, was man aussucht. Du, was hast du denn mitgebracht? Ja, nachdem der liebe Kollege Andi hier künstlerisch hochwertiges Popcorn-Kino ausgewählt hat, habe ich künstlerisch minderwertiges Popcorn-Kino ausgesucht, nämlich den guten Hänsel und Gretel Hexenjäger basiert auf Rotkäppchen. Bist du dir da sicher? Also, ich habe den Film jetzt fast zur Hälfte geguckt und ja, ich glaube schon. Okay, das ist doch der mit den sieben Zwergen, oder? Ne, das ist Sint Bart. Okay, der Zauberer, gespielt von Daniel Kübel. Ja, ich glaube, Hogwarts war er auch, keine Ahnung. Ja, gut, ich habe A Tale of Two Sisters mitgenommen, also mitgebracht, ich habe es nicht mitgenommen, ich bin ja kein Hamsterer. und der basiert auf einer alten koreanischen Sage die Geschichte von Lotus und Rose. Ist das nicht so ein bisschen das Äquivalenz zu Schneeweißchen und Rosenrot? Oder höre ich mich da? Also, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt Schneeweißchen und Rosenrot irgendwie parat hätte, dann könnte ich dir das beantworten, aber es geht tatsächlich um die, um eine ungeliebte Stiefmutter, die ihre, ihre Töchter, ja, misshandelt. Also jeder, der jetzt sagt, Gott, was sind die drei Deppen unvorbereitet, dem sei gesagt, kann sein, dafür haben wir ein komisches, kein nervisches O im Titel. Telehorst. Ja, genau. Ja, wollen wir dann mit dem gleich starten, weil du bist jetzt gerade in Fahrt, das hatten wir letztes Mal so schön gemacht. Ja, ich würde einfach mal beginnen, weil ich denke mir auch, dass A Tale of Two Sisters wahrscheinlich der unbekannteste sein dürfte, oder? Ja, für mich auf jeden Fall, weil ich habe den gerade vor einer halben Stunde das erste Mal, haben wir gesehen. Und war auch gut, oder? Ich fand ihn super, ja. Freut mich. Ja, 2003 ist der Film rausgekommen und ist ein koreanischer Film und ganz kurz zur Handlung, es geht um, wie es im Titel heißt, um zwei Schwestern, Su Mi und Su Jun und die kommen nach einem Psychiatrieaufenthalt wieder in ihr Zuhause und in diesem Zuhause lebt eine Stiefmutter, die von Su Mi nicht gerade geliebt wird. Und ja, im Laufe des Films kommt man dann immer wieder, also es passieren halt irgendwelche komischen Geister, Dinge, die einen auf der einen Seite daran zweifeln lassen, dass Su Mi ganz gesundet aus der Psychiatrie wieder zurückgekommen ist und auf der anderen Seite weiß man nicht ganz genau, ob die Stiefmutter nicht auch doch irgendwas Böses im Schilde führt und vielleicht die Familie töten will. und das alles dann garniert mit diesem typischen, ja, ich würde sagen, wie man es auch aus japanischen Filmen kennt, Mädchen mit Haaren, die ihnen ins Gesicht hängen, Humor, äh, Horror. Ja, gut, und basiert halt alles auf einem alten Volksmärchen, Yang, Wa, Hoon, Yun, Yong, Jürgen, Yong, genau. Ich bin dafür, dass wir jetzt schon und für alle Ewigkeiten für den nächsten Ausgaben Stillhouse ein Pakt schließen, nämlich, dass wir niemals versuchen, den Originaltitel auszusprechen. Nee, ich werde es auch nicht mehr machen. Äh, Regisseur war dieser, ähm, Kim Ji Won, oder Wun. Kim Ji Won, ja, der hatte auch, I Saw the Devil, das ist der Einzige, den ich von ihm noch kenne und ja, ist wohl auch in unserer Runde, derjenige, der Film, der am, am gruseligsten umgesetzt wurde oder am ersten, ich würde sagen, eher noch auf dieses, wie sagt man, Jumpscare-Attacken setzt, ne. Das fand ich auch sehr schön und sehr spannend, wie ich vieles immer spannend finde, dass natürlich, wenn wir uns das Thema Märchen aussuchen, dass dann irgendwie primär Horrorgeschichten rauskommen, denn die besten Märchen sind natürlich alle ziemlich gruselig, wenn man mal den Kern betrachtet. Ich hatte ja auch noch Pan's Labyrinth auf der Kante, den habe ich dann aber rausgekickt wieder, weil das dann doch ein eher modernes Märchen mit einer Sagengestalt ist und das hat sich dann nicht richtig angefühlt für mich. Aber ich fand es jetzt hier sehr cool, weil ich fand, ich kannte dieses Märchen jetzt natürlich nicht. Ich habe sehr wenige koreanische Märchen in meiner Kindheit gelesen oder vorgelesen bekommen. Aber trotzdem hatte das von Anfang an diesen Märchen-Vibe, also durch diese zwei Schwestern und die böse Stiefmutter und so, das hat sich von Anfang an bei mir festgesetzt. Ja, was mir am Anfang aufgefallen ist, ich habe den das erste Mal gesehen, keine Ahnung, 2005 oder 2006, keine Ahnung, und habe ihn mir dann gestern nochmal angeguckt und mich hat der dann doch ein bisschen an so Miyazaki-Realverfilmung streckenweise erinnert. Vor allem bei Totoro ist es ja auch am Anfang so, dass die beiden Geschwister, kommen die da in ein neues Zuhause, glaube ich. Und dann hast du immer diese heimeliche Musik und alles wirkt so ein bisschen wie Feenwald und sie laufen über die Wiesen und in den Wald rein und die Ridari. Ja, aber das war hier dann auch der Fall, dann irgendwann mal verstecken sie sich unter der Spüle. Ja, das fand ich schön, weil du gerade die Musik ansprichst, dieses erste Thema, was da immer kommt, dieses leichte Gitarrengezupfe mit dem Orchester und auch die ersten Bilder waren ja alle sehr märchenhaft, wo diese zwei Mädchen an dem See hocken, an dem Steg und überall Natur und dieses alte Haus und so. Das war sehr märchenhaft, ja, sehr schön. Was würde Lasse dazu sagen? Keine Ahnung. Aber was sagst du dazu? Das ist viel wichtiger. Also für unsere Runde. Mich hat der Film auch an ein Märchen erinnert, aber hauptsächlich, nicht hauptsächlich, aber vor allem wegen der Figur des Vaters. Weil im Märchen sowas wie Don Röschen oder so, gibt es ja auch immer so einen Vater, aber der ist ja immer total passiv. Und das ist der hier ja weitestgehend auch. Also man merkt schon, dass wenn er im Haushalt ist, dass er schon so der, ja, der ist auf Neudeutsch gesagt der Babbo. Aber er ist trotzdem eher, ja, passiv tatsächlich. Und wirkt auch immer so ein bisschen, ja, bläuäugig. Also während wir Zuschauer natürlich so wissen so, irgendwas stimmt da nicht, ja, und was ist da jetzt mit diesen Schwestern und dieser sehr seltsamen Stiefmutter los, wo ich zumindest am Anfang nicht wusste, ist die jetzt böse, ist die jetzt gut, sind die Schwestern vielleicht das wahre Böse? Ich wusste es nicht. Ich werde jetzt auch nicht das Ende verraten. Aber der Vater hat mich wirklich, hat bei mir damit am meisten für gesorgt, dass ich wirklich dachte, okay, es ist ein sehr gruseliges Märchen. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ich bin einfach ein großer Freund von Jumpscares. Und ich bin auch nicht so affin, was diesen japanischen und allgemein diesen asiatischen Horrorfilm angeht. Wobei ich bei The Tale of Two Sisters schon sagen muss, der ist schon wirklich gut. Also der hat mir auch große Freude bereitet, auch den jetzt vor ein paar Tagen, jetzt glaube ich, zum zweiten Mal zu sehen. Also ich bin noch voll auf deiner Seite, weil ich mit diesen ganzen Jumpscare-Gebittern eigentlich auch gar nichts anfangen kann. Bei dem Film ist es wahrscheinlich auch eher der Zeit, wann er rauskam, ein bisschen geschuldet, dass ich dem das durchgehen lasse, sagen wir es mal so. Weil ja die Jumpscares, die drin vorkommen, auch wirklich mit der Keule sind, die sind eigentlich so, wie man sie aus dieser, kennt ihr noch diese Kaffee-Werbung, wo der Zombie ins Bild springt. Und so in etwa werden ja die aufgebaut, würde ich sagen. Man muss aber auch sagen, dass der Film ja nicht nur durch diese Jumpscares seine bedrohliche Atmosphäre oder seine mysteriöse Atmosphäre generiert, sondern durch seine Bildsprache. Also das Cover der DVD ziert ja wirklich diese zwei Schwestern auf dem Sofa. Und das allein ist es schon so ein starkes Bild. Und der Film hat echt viele tolle Bilder. Und das finde ich halt sehr schade, weil ich glaube, der hätte auch mit ein paar Jumpscares weniger vielleicht doch ein bisschen besser funktioniert, also für mich persönlich. Der hat dann auch so komische Schnitte. Also ich muss auch sagen, dass mir gestern aufgefallen ist, dass ich den Schnitt eigentlich total gut finde, weil das auch wieder so ein Film ist, der vielleicht können das koreanische Filme ein bisschen besser als europäische oder amerikanische, bin mir nicht sicher, dass die auch ohne Ton eigentlich ganz gut Geschichten erzählen. Ja, und vor allem auch Spannungen aufbauen, weil irgendwie man hat ja oft diese heitere Musik, also nicht oft, eigentlich nur am Anfang und am Schluss. Am Schluss ist sie so geil, wie sagt man, konträr eingesetzt, weil da passiert, was schlimm ist und die nette Musik vom Anfang kommt. Das fand ich cool. Aber was ich auch cool fand, dass du teilweise während den gruseligen Sachen jetzt keine eben so eine typische Spannungsmusik hast, die sich aufbaut, sondern durch diese, was mir auch noch aufgefallen ist, neben diesen schönen Bildern, der schönen Optik. Ich mag den Look so gern. Aber das, der wir heute noch öfters hören. Nee, aber dieses grobkörnige und kontrastreiche, weil am Anfang hast du ja ganz oft dieses Rot, wo sie zum Beispiel diese Beeren isst an diesem Strauch und dann auch diese Strickjacke von dem anderen Schwesterlein und so vor diesem Grün und so, das war alles sehr schön. Blümchen-Tapeten. Genau, genau. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, an der Machart waren diese ganz schönen Kamerafahrten. Die waren auch, die haben auch so, das waren so spannungserzeugende Kamerafahrten teilweise. Die fand ich echt sehr, sehr cool. Ja. Ich habe irgendwie auch gelesen, dass der Film, der erste koreanische Film war, der in den USA ins Kino kam. Okay. War das, war das? Und wahrscheinlich gab es auch deswegen eine Neuverfilmung von DreamWorks. Hat die irgendjemand gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Ich habe sogar das Remake zuerst gesehen und dann das Original. Okay. Und? Ich habe halt das Remake geguckt, ich habe es mir auf DVD ausgeliehen und dachte dann so, ja gut, das ist halt genauso wie Ring und so, nur halt wieder amerikanisiert. Und dann hat mir ein Bekannter halt gesagt, nee, guck dir das Original an, das Original ist halt wirklich super und habe mich dann so ein bisschen überreden lassen und habe mir die dann besorgt und fand den auch wirklich besser. Also ich glaube, das Remake kann man sagen, ist noch eines der gelungeneren Remakes aus diesem Nippon-Horror-Bereich. Wobei Nippon ist jetzt glaube ich nur Japan und das ist ja hier Korea, aber ihr wisst, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz wischt das Original mit dem Remake schon den Boden auf, ganz deutlich. Was ich aber auch schön fand, weil eben, ihr habt ja schon diese Jumpscares angesprochen und da stimme ich euch auch zu, da komme ich vielleicht im Fazit nochmal drauf, aber was ich auch schön fand, dass es durchaus auch Szenen gab, die dann untypisch für dieses Genre sind, weil dann hast du zum Beispiel diese eine Szene, wo sie im Bett liegen und dann siehst du eine Gestalt und dann gibt es keine Schnitte und sie ist weg, sie ist wieder da und irgendwas schreit und irgendwas, sondern die steht da oder sie hockt da, steht auf, geht auf die Person zu und so und es passiert alles und du denkst dir die ganze Zeit, irgendwas müsste jetzt passieren, aber das ist einfach so eine konstante, gruselige Szene gewesen und da gibt es dann eben keine Effekt-Cuts oder sonst was, vielleicht ein bisschen oder so, aber das fand ich ganz schön zu sehen, dass es halt einfach mal so eine längere, gruselige Einstellung ist, wo dann du die Angst dieser Kinderdarsteller siehst oder so und dann hast du halt nicht irgendwie so Effekthascherei, gegen Ende dann vielleicht ein bisschen oder manchmal schon, aber diese eine Szene, ihr wisst, welche ich meine wahrscheinlich, wo dieses Mädel da aufs Bett steigt und so, das war einfach so eine lange Szene, wo ich immer dachte, irgendwas muss jetzt gleich kommen, aber nein, sie läuft einfach auf die zu und es dauert relativ lang und das fand ich eigentlich ungewöhnlich, wie gesagt, normalerweise kommt dann irgendwie Sound und dann versteckt sich irgendwas und springt irgendwie auf sie zu oder so, aber das war eine schöne Szene, fand ich. Vielleicht auch der Zeit geschuldet, keine Ahnung, also heutzutage würden sie es hundertprozentig so machen, wie du es befürchtest. Früher war ja alles besser. Zumindest langsamer und. Bei dem Film habe ich mich jetzt nur gefragt, weil der Film ist ja dann doch eventuell ein bisschen unbekannt und wenn man dann, wo ich gerne noch drüber sprechen würde, das wäre eigentlich so ein Film, da muss man fast eine Spoilerwarnung raushauen, weil eigentlich, ich war jetzt echt überrascht, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet und so. Dann haut doch eine raus. Deswegen, wenn ihr, liebe Zuhörer, den Film noch ganz unbefangen hören, äh, schauen wollt, dann skippt vielleicht weiter zu Hänsel und Gredl, weil die Geschichte kennt ihr ja schon, aber was jetzt hier noch passiert, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Äh, das wollen wir euch vorenthalten. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Was jetzt? Lasst mich nicht so lange am Stück sprechen, das tut mir leid. Okay, du hattest eine Frage betreffend der Handlung. Ja, beziehungsweise wollte ich da, ähm, noch darauf eingehen, dass ich es schön fand, dass, wie der Stu auch schon gesagt hat, dass man halt immer nicht genau weiß, wer jetzt der Böse ist, in Anführungszeichen, weil da durchaus halt so Sachen eingestreut werden. Anfangs ist es ja so, die böse Stiefmutter, diesen Trope kennt man ja, und man denkt, das geht so in die Richtung, und dann hast du irgendwann diese Szene, wo dann die eine Tochter aus den ganzen Fotos diese Stiefmutter rausgeschnitten hat und so, und da tat sie mir dann kurz vor Leid, und dann habe ich schon geahnt, worauf es hinausläuft eventuell, denn ich habe vor kurzem erst, ich sehe, ich sehe gesehen. Mhm, guter Film. Ja, genau, und normalerweise bin ich ja überhaupt nicht, äh, ich habe es bei dem Film zum Beispiel nicht gecheckt. Liebe Grüße an die Kollegin Eva, die mir in der Hälfte dann den Film gespoilt hat, weil die das relativ schnell gerochen hat, den Braten, ich natürlich überhaupt nicht. Was, welchen jetzt? Ich sehe, ich sehe oder den? Den ich sehe, ich sehe. Okay, gut. Und deswegen war ich dann schon so ein bisschen auf der Hut. Und genau das wollte ich natürlich nicht spoilen, weil dieser Reveal, ich benutze schon wieder viel zu viele Anglizismen heute, der hat mich halt doch dann sehr stark an dieses österreichische Machwerk erinnert. Okay, ich weiß nicht, auf was du raus willst. Naja, dass die eine Schwester halt tot ist. Ach so, du meinst der, ach ja, ach ja, du meinst den Wandschrank. Wobei, ich muss sagen, ja, ja, aber bei Ich sehe, ich sehe, da fand ich es sehr viel offensichtlicher, dass es so ist. Genau, aber ich habe es halt nicht gecheckt, weil ich ein bisschen blöd bin. Also ich muss sagen, also bei Ich sehe, den habe ich auch jetzt zweimal geguckt, beim zweiten Mal war es dann auch so, dass ich mir nach zehn Minuten dachte, ja, das ist doch offensichtlich, ist klar. Aber jetzt habe ich den jetzt hier, Telt of Tussis ist auch so ein zweites Mal geguckt und ich fand, dass er das damit wesentlich besser umgeht, weil er wesentlich besser daran ist, falsche Spuren zu legen. Es wird dann, ja, weil vor allem die tote Schwester, die hat ja irgendwie auch mehr Kontakt mit, also mit der Mutter, beziehungsweise wird es mehr so verkauft oder kommt mir das nur so vor? Es wird halt fucking wirr am Schluss. Und das ist, das lustige ist, dass ich, ich habe mir ein paar Notizen gemacht bei dem Film, die ich dann immer wieder durchgestrichen habe, weil ich dachte so, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Und dann kommt aber noch ein Reveal, der das wieder aufgehoben hat. Und dann kommt noch ein Reveal, der das wieder aufgehoben hat und so, weil ich habe mich zum Beispiel dann über die Szene nicht geärgert, aber die fand ich dann halt komisch, weil wenn diese Schwester tot gewesen sein soll, die ganze Zeit, warum hast du dann diese Szenen von der Stiefmutter, wie sie die Schwester in den Schrank einsperrt und so, weil diese Szenen machen dann ja in dem Kontext erstmal keinen Sinn. Richtig. Dann hast du aber den Reveal, dass dann teilweise die Schwester sich in die Stiefmutter irgendwie reingedacht hat, weil später siehst du ja diese Szene, wo die Stiefmutter auf der Couch sitzt und dann kommt der Vater und dann ist es eigentlich die Tochter und so. Da ist dann eh schon fast mein Kopf explodiert und dann dachte ich die ganze Zeit so, okay, dann macht das vielleicht doch Sinn und so. Also es wird wirklich, wirklich verwirrend am Schluss. Und ich habe auch mega Bock, mir den Film zweites Mal anzuschauen jetzt. Also ich kann dir, ich werde dir noch ein bisschen Wikipedia-Material vielleicht offenlegen für all diejenigen, die keine Lust zu lesen haben. Ist es nämlich auch so, dass in der ursprünglichen Schnittfassung das so ist, dass die ältere Tochter, also die, die lebt, eine etwas, ja, sagen wir mal, seltsame Beziehung zum Vater irgendwie aufbaut, das dann so weit geht, dass die miteinander im Bett schlafen und so weiter und so fort. Das wurde aber dann irgendwie rausgeschnitten. Und dass sie sich halt schon extremst in diese Rolle der Stiefmutter reindenkt. Okay, krass. Ja. Aber würde die ganze Sache wahrscheinlich noch sehr viel wirrer machen, als sie eigentlich ist. Ich fand das aber schön bei dem Film, weil das taugt mir immer und das hat mir auch bei diesem Ich sehe, ich sehe gefallen, wenn du halt so einen, wenn du denkst, also anfangs hatte ich diese Märchen-Vibes und dann durch diese komischen, wie du es vorher schon genannt hast, diese Asia-Horror-Klischees, nenne ich es jetzt mal, mit diesen Grusel-Einstellungen und so, habe ich das dann teilweise ein bisschen vergessen und dachte mir, okay, jetzt schaue ich hier einfach so einen Haunted-House-Horror oder so einen, ich weiß es nicht, irgendwie so einen klassischen Horrorfilm. Und wenn dann diese psychologische Note reinkommt, eben wie oft bei Ich sehe, ich sehe, dass du dann denkst, okay, das hat was mit Trauma zu tun und so und die Leute haben halt einfach irgendwelche Traumata und das bilden sich alle ein und deswegen ist das eigentlich eine total traurige Geschichte und keine übernatürliche Schreckgespenst-Geschichte und so und das fand ich halt hier sehr cool und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, genau. Dann habe ich halt die ganze Zeit verschiedene Ansätze mir überlegt, also zum Beispiel, okay, geht es jetzt darum, dass die Tochter traumatisiert ist, weil die Mutter gestorben ist und sie wird halt klassischerweise, kommt sie nicht mit der neuen Stiefmutter klar und so und die Stiefmutter hat ein Problem damit, dass die Tochter ihr gegenüber so kritisch ist und deswegen will sie die aus dem Revee geräumen und so, weil sie den Vater für sich haben will und so ganz viele persönliche, psychologische Ansätze habe ich da versucht zu verfolgen, die es dann aber wieder komplett umgeworfen hat. Das fand ich wirklich fast anstrengend, aber sehr spannend. Ja, ist auf jeden Fall, also sehr kurzweilig gemacht auch. Wobei ich auch sagen muss, beim zweiten Mal gucken, man merkt schon, dass halt ein bisschen so ein Pionier, würde ich sagen, war, der praktisch aus Asien oder aus Korea halt nach Europa oder Amerika geschwappt ist und dass man auch merkt, dass sich sehr, 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 sehr viele andere Filme in der Zeit auch wieder an der Art Horror abgearbeitet haben und ja, könnte man dann als Klassiker bezeichnen. Von wann ist denn dieser österreichische Film? Ich sehe, ich sehe, der müsste so 2015 oder so. Ach krass, ja, weil der hat sich ja dann theoretisch irgendwie auch, ich will jetzt keinmal so das stellen oder so, aber schon auch daran angelehnt. Ja, kann sein, außer Podcaster, Plagiatsvorwürfe gegen österreichische Filme. Bayerische Podcaster. Ja, genau. Das Gute ist ja, die können ja heutzutage nicht her, um uns aufs Maul zu hauen. Die kriegen keine Einreiseerlaubnis. Deswegen können wir jetzt noch lästern. Da freue ich mich. Kommen wir zum nächsten Film. Wollen wir vielleicht jetzt schon Fazit ziehen? Wir hatten das bei der ersten Ausgabe ganz am Ende und das war ein bisschen blöde, glaube ich. Okay. Was mich nur dann theoretisch, also könnt ihr mir das noch erklären, dass dann zum Beispiel Onkel und Tante zu Besuch kommen und dann, dass die Tante auch dieses komische Kind unter der Spüle gesehen hat? Ich habe mir das immer so ein bisschen erklärt, dass halt, es gibt halt manche Menschen, die haben das Shining. So habe ich es mir erklärt. Ja, okay. Das fand ich bei Shining. Die Bank hier haben den Steam. Okay. Naja. Wir reden hier von Shining, nicht von Dr. Sleep. Ganz wichtig. Ja, ich versuche ja dann immer, wenn es sich so eine psychologische Note auftut, dann alles Übernatürliche mir irgendwie rauszuerklären. Aber das konnte ich mir nicht raus erklären. Das hat mich dann ein bisschen gestört. Vielleicht lag es auch an ihren Anfällen. Vielleicht sollte das einfach zeigen, dass sie bei ihr einfach irgendwas nicht stimmt. Deswegen kann sie mit Geistern kommunizieren. Also ein Film braucht seine Geheimnisse. Eben. Und das ist das Geheimnis dieses Films. Kein Geheimnis ist, wie wir den gefilmt, äh, gefilmt, ach schade, Mensch, das wäre jetzt so eine tolle Überleitung. Bewerten wir ihn? Machen wir das wieder am Ende, oder? Wir bleiben unserer Linie treu eventuell. Ich werde dafür, dass wir ihn jetzt bewerten. Das war aber jetzt mal ein... Du bist so stockkonservativ. Du bist so stockkonservativ. never change, äh... Der Franz Josef Strauß des Telehofs. Ich weiß nicht. Das war jetzt eine harte Beleidigung. Selbst für euch beiden Bayern, also... Okay. Ja, bitte. Also ich werde dafür, dass wir jetzt das Fazit zu einem Film ziehen. Und als Punkte würde ich vorschlagen, Wandschränke. Okay. Ähm, ja gut. Der 2007er Max gibt dem Film vier von fünf und der 2020er Max gibt dem Film dreieinhalb von fünf. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie der damalige Stu den Film bewertet hätte, äh, weil ich nicht mehr weiß, welches Jahr das war, aber ich würde jetzt... Der... Also der jetzige Stu würde auch dreieinhalb geben. Bandschränke. Aus halt eben... Ich fand die Jumpscares war mir ein bisschen so omnipräsent. Äh, das hat mich ein bisschen gestört, äh, ja, und gegen Ende tatsächlich, äh, wirkt es ein bisschen arg überkonstruiert. Aber an und für sich ein wirklich sehr schöner Horrorfilm mit einem mächtenhaften Charakter. Ja, das gleiche wollte ich auch sagen. Bisschen weniger übernatürliche Jumpscares, die sich dann eventuell doch als Effekthascherei herausstellen und, ähm, am Schluss, fand ich, hat es sich auch ein bisschen gezogen und, ähm, überkonstruiert trifft es ganz gut, ja. Deswegen, äh, langweilig, aber ich gebe ihm auch dreieinhalb von fünf Wandschränken. Na gut, dann ist das aber jetzt hier komplett besiegelt. Der Film hat einfach dreieinhalb Wandschränke. Aber eine große Empfehlung gibt es auf Amazon Prime. Ja. Und, ähm, na gut, es ist nur schade, dass wir halt zu diesem koreanischen Märchenbezug ein bisschen wenig sagen können, weil, wie gesagt, Andi meinte auch schon, ihm wurde das damals nie vorgelesen, ich schätze mal, es du und mir auch nicht und deswegen können wir da relativ wenig dazu sagen. Nein, nein. Außer, dass, ja, diese böse Stiefmutter-Geschichte ist, aber es gibt ja ein Märchen hier bei uns in der Runde, das ja jeder kennt, nämlich das vom kleinen Däumling und davon handelt der Film von Stu. Genau, äh, ja, der srenavische Regisseur Tommy Wirkola, der zuvor diesen Dead Snow gedreht hat, hat ordentlich Geld bekommen, nämlich 60 Millionen US-Dollar und hat dafür seine actionreiche Neufassung von Der kleinen Däumling gedreht und die heißt Hansel und Gretel Hexenjäger, ein Film aus dem Jahre 2013, besetzt mit Jeremy Renner als Hänsel und Gemma Arthursen als Gretel und dann ist auch dabei Fumke Janssen und Peter Stormer und, ähm, dieser Film ist so ziemlich dumm, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie dumm dieser Film ist, aber ich weiß noch, ich hab den damals im Kino geguckt und hatte eine verdammt gute Zeit. Und zur Handlung, ja, der Film fängt da an, also wir sehen halt den kleinen Hänsel und die kleine Gretel, wie sie halt ins Hexenhaus kommen und dann wird auch gleich klar, wie der Look des Films ist, beziehungsweise das Creature-Design, diese Hexen sind halt nicht so alte Frauen mit, mit Buckel und Wachze, sondern, ja, monströse Kreaturen, die mich teilweise wirklich so ein bisschen vom Design her an Tanz der Teufel erinnert haben, mit dieser bleichen Haut, und, naja, die beiden killen halt die Hexe und, äh, dann fängt der Film jetzt richtig an, denn wo halt im Märchen halt Hänsel und Gretel dann wieder, glaube ich, mit Mutter und Vater vereint werden, die sie letztlich in die ein bisschen Fehler gebracht haben, aber egal, ähm, denken sich die beiden dann so, wow, cool, Hexen töten, macht Spaß, ist notwendig, also, wir haben jetzt Hexenjäger. Und dann sehen wir sie halt 15 Jahre nach diesem ersten Hexenmord, wie sie halt nach Augsburg kommen, und Augsburg wird gerade von einer Hexenplage terrorisiert, äh, die Oberhexe Muriel, gespielt von Famke Janssen, das war unter anderem die Widersacherin in James Bond Gold, äh, Goldenei, nicht Goldfinger, das wäre ein bisschen, das wäre, das wäre, das wäre, das wäre, das wäre gut gehalten, ja, naja, manchmal schon, manchmal nicht, Gerd Fröbe als Hexenjäger. Ja, und, äh, was, was folgt, ist ein sehr splättriger, ein sehr schwarzhumoriger, ein sehr kurzweiliger, äh, Action-Spaß mit einigen Horroreinlagen, und, ähm, ich sag ganz klar, äh, ich find, das ist der schlechteste Film, den wir heute hier in dieser Folge haben, nichtsdestotrotz ein sehr spaßiger, also mit der spaßigste, wie ich finde, den wir heute hier vorstellen, ja, das kann ich jetzt grob über Hänsel und Gretel Hexenjäger, ähm, aka die Neufassung vom Däumling sagen. Also, es ist ja nicht unbedingt das gleiche wie Abraham Lincoln Vampirjäger, oder, was gibt es da noch, Stolz und Vorurteile und Zombies, oder diese Van Helsing Neuauflage, an die musst du ja auch denken. Okay, Van Helsing ist ja der, also ich muss, ich würde jetzt hier auch gern mal den Unterschied, Ja, bitte. mal kurz, äh, ich würde trennen zwischen einem dummen Film und einem schlechten Film, und Van Helsing ist ein schlechter Film, genau, und Hänsel und Gretel Hexenjäger ist ein dummer Film, und zwar dumm in dem Sinn, dass man auch merkt, dass die Produktion von Adam McKay und Will Ferrell übernommen wird. Also, da ist schon ordentlich Spaß dabei. Ja, ich bin auch froh, dass du den Film ausgesucht hast, weil ich hab den Film schon mal gesehen, ähm, vor allem konnte ich mich noch an dieses Hexendesign von Fumke Janssen und ihren zwei, ähm, Mitstreiterinnen erinnern, und ich weiß noch, dass ich damals den Film auch so ein bisschen abgetan hab, so hat, so ein bisschen in die gleiche Kerbe geschlagen wie die Filme, aber ich, äh, muss zugestehen, ich hab dem Film Unrecht getan und hatte jetzt sehr viel Spaß. Alleine nach diesem, ähm, super Intro, mit dieser Neuauflage des klassischen Märchens irgendwie, ähm, hab ich ja schon in der Chatgruppe irgendwie gesagt, es hat mich sehr erinnert, durch diese One-Liner auch, irgendwo, wo sie dann die ganze Zeit sagen, burn that bitch und so, da, ich hab sofort an, ihr kennt ja alle Last Action Hero, Ja. an, an diese, ähm, Film-im-Filminterpretation von Arnold Schwarzeneggers Hamlet. Claudius, Du hast meinen Alten ermordet. Echt nicht großer Fehler. Sein oder nicht sein. Nicht sein, netten, ja. Ja, genau. Und da war ich echt sofort dabei und hab mich, ähm, den Rest des Films dann doch sehr amüsiert, ja. Und ich muss auch sagen, dass ich dann lieber so eine Art von Unterhaltung hab im Action, äh, Genre, als jetzt, keine Ahnung, wie bei Deadpool oder so. Weißt du? Also, ich hab euch da komplett recht, die Macher wissen komplett, was sie machen. denen ist klar, dass das totaler Bullshit eigentlich ist. Aber ich finde, man merkt trotzdem, dass sie, dass sie da auch mal gewissen Passionen rangegangen sind. Sie haben ja größtenteils in Deutschland gedreht und das siehst du auch. Also ich finde, dieser, dieser, der Look von diesem Dorf, der sieht halt wirklich europäisch aus. Es wirkt nicht wie eine amerikanische Produktion. Haben, haben die nicht wirklich sogar in, in Deutschland gedreht? Ja, die haben, also, achso, das hast du gesagt, oder? Ja. Ja, okay, bravo. Der Preis für das beste Zuhören geht wieder mal ab. Die haben halt in Berlin, Potsdam und halt in Braunschweig gedreht und ich glaube, nicht in Augsburg, aber. Ey, dann sind ja da sicherlich deutsche Fördergelder wieder reingeflossen. Ja, aber dann frage ich ganz ehrlich, wo sollen sie besser hinfließen? In einen guten, unterhaltsamen, aber dummen Film oder in Til Schweigers Hochzeit? Also die Hochzeit, wie er heißt. Also das ist, ähm, Hänsel und Gretel, Hochzeitsjäger. Und vor allem, die Fördergelder, die müssen ja teilweise zurückgezahlt werden und der Film hat insgesamt 60 Millionen gekostet. Nein, das waren jetzt nicht alles Fördergelder. Ähm, und der hat weltweit, glaube ich, fast 230 Millionen eingespielt. Das ist für einen Rated-A-Film wirklich gut. Und was mal, und ich war ja fast ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich hab gedacht, cool, dann ist mein Film zumindest der Film, wo man sagt so, boah, für den Elvis K16 ist der echt heftig. Und dann kommt Kollege Rauscher und nimmt Sleepy Hollow. Ja, und das ist vor allem, es ist ja, da kommt Kollege Rauscher und dem Sweeney Todd, meine Herren. Oh Mann. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, genau diese Passion, weißt du, an was man die merkt? Ich als alter, alter Illustratoren-Heini, ähm, ich schaue ja dann auch gern mal so auf Character-Design und solche Sachen. Und ich finde vor allem so dieses Waffendesign, das hat mich streckenweise ein bisschen so an Bloodborne oder solche Geschichten aus dem Games-Bereich erinnert, mit diesen, keine Ahnung, diese Armbrust, die sich dann in zwei Richtungen spaltet oder, ja, ziemlich cool. Oder auch so, also allgemein, ich mag das Design des Films, das Monster-Design oder auch diese Ideen, wenn sie halt diese Hexen anlocken und haben dann so einen alten Plattenspieler da stehen. Ja. Das finde ich halt wirklich unterhaltsam. Oder am Ende packen sie ja wirklich so eine Minigun aus. Ich meine, natürlich, das ist Realitätsfern hoch 20, aber ich wiederhole mich hier, die Macher wissen genau, was sie tun und die wollten genau diese Art von Film abliefern. Und man kann dem Film vorwerfen, dass er total dumm ist, er ist dumm, aber man kann diesem Film, finde ich, halt nicht vorwerfen, dass er ohne Leidenschaft entstanden ist. Da steckt wirklich viel Leidenschaft drin. Und er ist halt auch unglaublich kurzweilig. Der geht eben in der Kinofassung, glaube ich, gerade mal 88 Minuten. Es gibt auch einen Extended Cut, den habe ich aber nie gesehen. Und ich habe wirklich großen Spaß mit dem Film. Und wie gesagt, ich liebe einfach dieses Design auch von den Hexen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mich erinnert das wirklich an Tanz der Teufel, weil die ja auch so weiße Gesichter haben und so. Ja. Ja, vor allem dann an dieser großen Walpurgisnacht, nenne ich es mal am Schluss, beim Blutmond, diese unterschiedlichen Hexen, die da auftreten, das ist schon einfach so absurd witzig irgendwie. Ich fand jetzt die drei Haupthexen, also vor allem diese zwei Mitstreite, die fand ich ein bisschen, naja, fand ich es nicht so geil. Aber am Schluss wird es dann so absurd und ja, und ich fand ehrlich gesagt auch diese Verfolgungsjagden durch den Wald und so, da ist mir dann aufgefallen, dass die Action halt auch durchaus einfach gut gemacht ist. Also ich meine, so blöd das alles ist und so, aber trotzdem diese Verfolgungsjagden durch den Wald und so, da dachte ich mir echt so, hey, das ist gut gemacht. Weil wir hatten ja jetzt letztens erst so einen Bondcast zum Beispiel und wo ich Quantum Trost geschaut habe, dachte ich mir die ganze Zeit so, um Gottes Willen. Aber wenn du das jetzt hier anschaust, da kannst du immer folgen, auch wenn es aberwitzige Quatsch-Szenen sind teilweise, aber irgendwie war das trotzdem alles gut gemacht. Also darüber kann man sich auch nicht beschweren, dass das nicht irgendwie temporeiche Action ist, der du immer folgen kannst und dann passieren halt auch noch irgendwelche total strange Sachen, da kommt noch ein Troll und so und ich fand es auch angenehm brutal. Also da schenkt sich der Film auch nichts. Das fand ich gehört auch da rein. Also wenn der Film jetzt ein harmloser wäre, würde wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen. Also da hat der Film auch keine, hat sich nicht gebremst in dem Aspekt und so und ja, fand ich sehr stimmig halt irgendwie alles in seiner Dummheit. Und ich glaube, er ist auch nicht so zu Tode geschnippelt, oder? Also nö. Ich glaube tatsächlich, dass es genau der Film ist, den die halt abliefern wollten und ich glaube, selbst von 2013, ich glaube, wenn er 10, 15 Jahre früher erschienen wäre, hätte er wahrscheinlich den FSK 18 bekommen. Weil er ist halt schon ordentlich brutal. Es gab aber schon damals brutalere Sachen und es hat halt auch immer diesen Fantasy-Aspekt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Was da auch noch fand ich cool war, dass du halt nicht, weil ich weiß es nicht, 2003, okay, egal, aber dass du keinen krassen CG... 2013. Oh, was war 2003? Ach, der andere. Sorry. Ja genau, aber dann passt es ja noch besser. Da haben sie trotzdem sich noch, wenn es ging, zumindest auf praktische Effekte irgendwie konzentriert. Es gibt schon hier und da ein bisschen CGI, sieht aber nie unglaublich schlecht aus oder so, aber diese brutalen Szenen, da hat es mich eben gewundert, dass er eventuell ab 16 ist, weil durch diese praktischen Effekte wirkt es teilweise noch ein bisschen heftiger, finde ich. Und das fand ich halt gut bei dem Film, dass sie doch viel versucht haben, halt echt zu machen und nicht jetzt einfach alles aus dem Computer gezaubert haben irgendwie. Ich glaube halt, dass bei den Effekten aus dem PC, dass sie da relativ clever waren. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo diese Oberhexe halt kurz einen Prozess macht mit so ein paar Jägern und diese Szene, glaube ich, wenn man die Tags überspielen lassen hätte, würden, sollen, ich und Grammatik toll, da hätte man, glaube ich, schon mal gesehen, dass diese komischen Schlinkpflanzen, mit denen die Leute zerritten werden, aus dem Computer kamen, aber es spielt halt nachts. Ich glaube, dass sie da wirklich schon wussten, was sie taten. Ja, das war aber auch, weil du es gerade sagst, das fand ich halt auch schön, dass der Film mit solchen Sachen auch spielt. Es sind halt irgendwie auch so Anspielungen oder sind ja fast so Referenzen an so alte Oldschool-Horrorfilme. Also das hat mich irgendwie, wie du schon auch Evil Dead genannt hast und so, das hat halt Spaß gemacht. Das war alles nicht irgendwie, das war irgendwie charismatisch, nenne ich es jetzt mal. Und er ist auch, ich fand ihn auch teilweise sehr amüsant. Also er hat ein ganz, ganz klares Fäbel für schwarzen Humor. Es gibt ja, von diesen Jägern überlebt ja einer, der sich irgendwie mit Maden vollfrisst und da kommt er in dieses Wirtshaus und du siehst dann schon Hänsel so ganz so, jetzt geht das los und sich so in Sicherheit bringen und dann zerplatzt der Typ halt und hat tausende Maden oder so. Wie gesagt, das ist strunzdumm, das ist auch sehr plump, aber es funktioniert. Also es ist ein Film, den könnte ich mir jetzt nicht jeden Tag angucken, ja, aber gerade so, es ist ein Partyfilm. Wo es mich auch so... Ja, ich finde, er hat auch ein bisschen was von, ja, den guten Hellboys, oder? Ich mochte den neuen Hellboy. Ja, ich habe den, ich habe den nicht gesehen, den neuen Hellboy, deswegen, ich weiß nur, dass ich diesen, wie heißt der Hellboy und die Goldene Armee oder so? Ja, das ist der zweite. Ja, der zweite, den finde ich eigentlich echt... Ja, super. Das ist so, das ist so mein, mein, mein Unterhaltungs-Benchmark irgendwie, keine Ahnung. Also ich sage mal so, ich glaube, ich glaube mit Hellboy 1 oder 2 kann der jetzt nicht mithalten, der, der Hinsenjäger. Aber das sind schon alles Filme, wo du halt merkst, da stecken Macher hinter, die wissen, was sie, was sie wollen, die auch so ein Fiebel haben für dieses Fantastische und jetzt dieser Tommy Virkola, der hat wie gesagt diesen Dead Snow 1 und Nachhexen Dead Snow 2 gemacht haben. Das ist, das ist schon ein Typ, ich glaube, der mag auch, der mag es halt auch mal spratzen zu lassen. Der mag Trash. Ja, also ich finde, der Begriff Trash wird sehr inflationär benutzt, also für mich ist Hexenjäger jetzt kein Trashfilm, dafür ist er zu aufwendig und da steckt auch zu viel Herzblut drin, aber wie gesagt, er macht Spaß und er ist halt, und ich sage dieses Wort jetzt auch zum, glaube ich, achtausendsten Mal, aber er ist halt auch dumm. Aber es gibt halt, es gibt halt schöne Dummheit und es gibt halt, Donald Trump. Dumm. Dumm, ja. Ja, du merkst es halt auch irgendwie, also ich fand den Humor halt auch, abgesehen jetzt von diesen ganzen One-Linern und immer diesen, diesen krassen Bitch und sonst was sprüchen und so und das war ja schon auch witzig, weil das halt so drüber war und so, aber wo es mich auch mega zerrissen hat, wo er dann rauskam, dass Hänsel durch ihre gemeinsame Vergangenheit im Hexenhaus Diabetes hat. Wobei, ganz ehrlich, ich fand das war. Du hast die Zuckerkrankheit, das Sugar-Illnis, oder was? Aber ganz ehrlich, ich fand, das war gar nicht mal so, es war eine schöne Idee. Das war voll witzig. Aber das zeigt doch auch wieder die Leidenschaft. Das zeigt die Leidenschaft, dass sie sich mit dem Source-Material auseinandergesetzt haben. Ja. Wobei man auch sagen muss, als ich im Kino saß und es hieß dann so, ja, er hat Diabetes, war mir ja klar, okay, da passiert gegen Ende irgendwas, dass er sich seine Spritze bekommt. Trotzdem war es mega witzig. Was mich noch zu einem Punkt bringt, den ich vorher noch bei Wikipedia gelesen habe, was ich ganz spannend fand, dass der Film hier steht, warte mal kurz, während der Film im deutschsprachigen Raum durchschnittliche bis hin zu guten Kritiken erhielt, fiel er bei Kritikern in den Vereinigten Staaten durch. Hat das was damit zu tun, dass wir vielleicht mit diesem Grimms-Märchen vielleicht ein bisschen bewanderter sind und dann solche Quatsch-Parallelen vielleicht umso witziger finden und die vielleicht nicht so? Liegt das daran? Ich muss ja gestehen, dass mich Hexenliga teilweise an Terry Gilliams Brauvers Grimm erinnert, mit dem Unterschied, dass halt hier bei Hexenliga ein Regisseur am Werke war, der halt einfach ein, ja, der hat sich gesagt, mir egal, das ist halt, ich mache jetzt das, was ich will und kümmere mich jetzt nicht darum, dass die Märchen jetzt richtig dargestellt werden und versuche auch kein neues Märchen zu machen. Ich nehme einfach das, was ich habe und mache daraus einen Genre-Film. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Brauvers Grimm und Hexenjäger und warum die Amerikaner, warum sie es nicht mögen oder viele es nicht mögen. Es kann durchaus sein, dass wir einfach zu diesen Grimms-Märchen eine andere Bewandtnis haben. Genau. Aber ich habe mich halt dabei ertappt, weil ich den Film geguckt habe, dass da so Momente drin waren und ich dachte, eigentlich eine coole Idee. Also allein die Idee, dass diese Hänse und Gretchen sich sagen, so, warte mal, also da gibt es doch mehr Hexen, dann wird es gut im Hexen töten, machen wir doch. Es hat was. Also es hat mich teilweise auch an so eine Art Comic erinnert. So von der Idee her. Also du nimmst halt irgendein bekanntes Ausgangsmaterial und spinnst es halt weiter und entwirfst im besten Fall deine eigene Mythologie damit. Apropos weiterspinnen. Was ist eigentlich mit der Fortsetzung? Ich glaube, die kommt nicht mehr. Ich glaube nicht. Also ich habe vorher gelesen, dass die ja seit 2015 irgendwie geplant ist und dann irgendwie immer mal wieder irgendwelche Leute abgesprungen sind. Durchaus auch, weil der Herr Renner halt irgendwie einen vollen Zeitplan hatte mit seinem ganzen Marvel-Gedöns und so. Und dann hat die ganze Zeit irgendwie eine Regisseursuche. Jetzt hatte der alte Regisseur wieder Lust drauf und jetzt steht hier öfter mal irgendwie, ich glaube beim Moviepilot, schönen Gruß an Pascal, Kinostart 2022. Ja, da muss man halt aufpassen. Das ist halt so ein Film, der seit 2015 in der sogenannten Development-Hell rumhängt. Und ich würde mich freuen auf ein Sequel, aber es müsste dann auch wirklich die Gangart des ersten Teils wieder haben und vor allem vielleicht noch noch eine Schippe drauf und der Film endet ja auch mit einem Ausblick, wie es weitergehen könnte. Ein neues Team ist geformt. Genau. Ich bin übrigens Team Eduard. Ja. Schöner Film. Also ich würde sagen, wir könnten zum Fazit kommen. Ja, machen wir. Ja, gut. Dann, was nehmen wir denn für Punkte diesmal? Jetzt habe ich für Max' Film die Punkte ausgesucht, die Punktebeschreibung, jetzt darf der Andi für meinen Film die Punktebeschreibung ausgesucht. Ja, dann nehme ich, ich würde dem Film, ach Gott, ich kann, das ist schwierig jetzt. Ich gebe dem auch, obwohl man die ja echt nicht vergleichen kann. Jetzt habe ich dem Film vorher dreieinhalb gegeben, aber dem würde ich auch dreieinhalb von fünf Diabetes-Spritzen geben, weil er halt einfach krass viel Spaß gemacht hat. Aber die kann man jetzt natürlich nicht vergleichen. Also qualitativ fand ich den. Ja, das geht auch nicht. Das ist natürlich viel besser, aber allein kurzweil ist Spaß. Also der Hexen-Giga hat es halt für uns Deutsche einfach mehr am Märchen dran, weil das halt nur auf dem Märchen basiert, was wir alle kennen, der Däumling, wie gesagt. Aber so kannst du es nicht vergleichen. Und ja, ich gebe auch 3,5 gute Punkte. Ja, und jetzt. Dann gebe ich drei Spritzen, weil er die verdient hat. Willst du, dass er einen halben Punkt mehr hat als deine Filme? Gibt es doch einfach zwei. Ja, vielleicht, aber ganz ehrlich, wir haben hier keinen Hundekampf, wo ich meinen Hund in den Ring schicke, sondern... Ach, bitte, dein Film würde im Kampf Manu Amado gegen mein Film noch weiterziehen. Bitte diese komischen zwei Psycho-Schwestern, da machen noch Hänsel und Gräbel kurz im Prozess mit. Also bitte. Ich weiß nicht, aber dann wird irgendwann mal festgestellt, dass deine Story nur ausgedacht ist, weil sie schon lange tot. Andi, wie ist es denn mit deinem Film? Ja, aber warte mal, warte mal, was? Hey, wollt ihr euch kurz noch irgendwie eine Minute kurz unterhalten? Dann, ich muss mal kurz Pause machen. Ich kann es auch später rausschneiden, aber wenn ihr jetzt noch irgendwie Diskussionsstoff habt, dann, ich bin sofort wieder da. Wir können auch jetzt hier das Intro noch mal einspielen. Spiel das jetzt noch mal. Okay, bitte. Ja, mal gespannt, ob es wirklich reinschneidet. Mal schauen. Tja, vielleicht lässt er das ja hier auch drin. Kommt doch an, wie viel Lust der heute Abend hat, wenn er schneidet. Ja, glaubst du, er hat sich einen Marker gesetzt? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube einfach, dass er sagt, er schneidet es raus und vergisst es dann. Und wir können ja gleich, wenn er zurückkommt, sagen, dass wir einfach nichts, einfach über den Film noch geredet haben. Ja. Und er glaubt das dann und dann bleibt das ja alles hier drin. Dann könnten wir auch überprüfen, ob er sich die Sachen wirklich noch mal anhört. Mhm. Ja, das könnte er. Oder ob er nur so tut. Ja. Und dann bekommen wir nachher irgendwelche Kommentare von wegen, was soll die Scheiße? Warum arbeitet er fünf Minuten von dem ganzen Bullshit noch mehr Bullshit? Ja. Dann können wir auch sagen, ja, der Pawliski war's. Ja, ja. So. Ja, hallo, wir haben uns auch ein bisschen über den Film geredet. Und der Max hat's eingesehen, hat dem Film jetzt 4,5 Punkte gegeben. Genau. Ich musste mir kurz meine Spritze setzen und jetzt bin ich wieder für euch da. Gut. Dann hast du ja wahrscheinlich jetzt auch nichts dagegen, mal über dein Werk zu reden, welches du filmisch umgesetzt hast. Ich hab das filmisch umgesetzt? Nein. Ja, ja doch, im Jahr 1999. Aber einer meiner Lieblingsregisseure, Tim Burton hat das umgesetzt. Wer ist das? Muss man nicht kennen. Das ist ein amerikanischer Regisseur, der seine Karriere bei Disney begann und dann, ähm, egal. Der heißt ja Bim, Bim Wenders. Genau. Wie, 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 wo steht man den? Wusstet ihr übrigens, dass, ähm, Tim Burton auch schon 1982 eine Version von Hänsel und Gretel gedreht hat, die man sich komplett auf YouTube anschauen kann? Ja, weiß ich, weil du den YouTube-Link in die Gruppe gepostet hast. Genau. Ich habe zu unseren werten Hörern gesprochen. Ach, dann sag ich mal. Und du nennst die, was, du siehst unsere Hörer? Natürlich. Nee, warte mal, hörst du was? Ich möchte, ich möchte hier übrigens auch unsere Hörer grüßen. Hallo Miguel, hallo Thomas, wir lieben euch. Ja. Ja. Hallo Astrid, hallo Judith, ganz toll. Und, ja, ja, Sleepy Hollow, ähm, äh, der letzte gute Film von Tim Burton, nein, der letzte gute Film, bevor es ein, ein kurzes Abtauchen in, äh, die Welt der Affen gab, aber davor hat der gute Mann mich ja immer, ähm, nicht enttäuscht, aber, äh, ich versuche jetzt hier ein cooles Intro zu machen und, ähm, Der Andi erzählt euch jetzt erstmal, worum geht's in Sleepy Hollow. Ja, ja, Sleepy Hollow basiert auf Washington Irvings Erzählung, die Sage von der Schläfrigen Schlucht, auf Englisch The Legend of Sleepy Hollow. Ach was. Genau, das fand ich ganz spannend. Was bist du? Entschuldigung, bisher ist echt der Gehalt sehr mau. Die Sage des kopflosen Reiters, ähm, die geht ja schon, also, dieser komische, ähm, Mensch, Washington Irving, der hat sich da ja auch durchaus inspirieren lassen, von einer älteren deutschen Sage, wie ich rausgefunden habe, aber, aber die, Wenn ich hier ein bisschen dazwischen kretschen darf, es gibt, äh, einen Podcast, der heißt Hoaxilla, die haben vorhin, vor ein paar Ausgaben sich diesem Thema angenommen, was sehr interessant war, also, wenn euch das ein bisschen interessiert, dann googelt mal Hoaxilla und Sleepy Hollow und hört euch die Folge an, dann werdet ihr wesentlich bessere Informationen bekommen und die ein bisschen wesentlich besser recherchiert sind, als all das, was Andy jetzt sagen wird. Du blöde Sau. Okay. Gern geschehen. Jetzt. Naja, aber, jetzt haben wir den Hundekorn. Wo er recht hat, hat er recht. Naja, auf jeden Fall hat Tim Burton diesen Stoff sich angenommen und ihn dann doch relativ lose umgesetzt, aber es geht um Johnny Depp, in dem Film genannt, Ichabod Crane, der, ähm, von Christopher Lee in das verschlafene Örtchen Sleepy Hollow geschickt wird, um dort eine Mordserie aufzuklären. Denn, dort tauchen ein paar Leichen auf, die keine Köpfe mehr haben. Und, ähm, 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 genau, das war's. Okay. Ja, den Film haben eh 100 Menschen gesehen. Ja. Wenn nicht sogar 120, also. Also, ich sag gleich direkt, äh, Sleepy Hollow ist neben Ed Wood, mein liebster Tim Burton. Wirklich? Ja. Ich find den ganz, ganz, ganz hervorragend. Ähm, ich muss jetzt etwas, es tut mir leid, ich weiß, Copyright bei Max Rausch, aber ihr magt den Look so gern. Ja, das stimmt. Ich hab ja euch ja ein Foto geschickt. Ich war vor etlichen Jahren in Prag auf der Tim Burton Ausstellung. Und, ähm, unter anderem deswegen, äh, liebe ich halt auch diese ganzen Filme, wo noch dieser Look. Ich hatte zum Beispiel, der, 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 ich mocke den Look auch so gern. Weil, irgendwie fand ich's dann halt, bei Alice im Wunderland zum Beispiel, da war das halt alles schon, alles so verwaschen und verwässert und irgendwie so drüber und CGI. Und da hast du nicht mehr diesen Charme, weil in dieser Ausstellung waren diese ganzen Zeichnungen und Gemälde von ihm, die er halt damals teilweise als Kind schon angefertigt hat. Und das überträgt sich halt in diesen Filmen schon so gut. Allein dieser fucking Baum der Toten oder, oder diese Windmühle am Schluss. Das sieht einfach alles aus wie von irgendjemanden Gemalt. Gemalt genau und dann in real umgesetzt und das einfach, der Production Design hat, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen. Ja, ja. Mich erinnert das sehr an diese alten Hammer-Filme aus Großbritannien. Du siehst halt irgendwie, das ist nicht echt, aber es hat trotzdem so eine ganz seltsame Faszination. Ja, aber sind da die Kulissen beziehungsweise, also was jetzt Himmel angeht und gut, was klar ist, jetzt wahrscheinlich immenses Budget für Nebelmaschinen draufgegangen bei dem Film. Aber die sind ja alle gemalt, oder? Diese Kulissen. Weiß jetzt niemand. Ich finde halt, also als ich ihn jetzt geguckt habe, ist mir aufgefallen, hey, wie krass das ja gemalt ist und je besser jetzt die Auflösung auf dem Bildschirm ist, desto mehr merkt man das noch, finde ich. Egal, komm. Ich kann übrigens eine lustige Anekdote zu Sleepy Hollow erzählen. Bitte. Ich habe damals, als der Film in die Kinos kam, die Cinema im Abo gehabt, diese Filmzeitschrift und meine Mutter hat da durchgebettert und da gab es halt diese Bilder von Sleepy Hollow und meine Mutter ist großer Märchen-Fan und hat die Bilder gesehen und hat gesagt, ach, das sieht aber schön aus. Lass uns den gucken. Dann bin ich, wollten Samstagabend ins Kino und sind Samstagvormittags aber mit, bin ich mit meiner Mutter und ihrem damaligen Gemsgefährten aber einkaufen gefahren. Da haben wir gesagt, komm, da fahren wir schnell ins Kino und holen schon mal die Karten. Ja, dann haben wir gute Sitzplätze. Und wir stehen im Foyer des Kinos und warten, dass die Kasse aufmacht und im Foyer so ein riesengroßes Poster mit der Tagline Köpfe werden rollen. Und meine Mutter, die kein Blut sehen kann und weder echt ist noch künstlich, guckt sich auf das Poster und denkt so, ah, ob da viele Leute enthauptet werden. Und in dem Moment kommt der Kinobetreiber vorbei und sagt mir doch nur 18. Und dann hat meine Mutter entschieden, ach, wisst ihr was, Jungs, geht ihr mal ohne mich rein. Das war die richtige Entscheidung. Und ich habe wirklich nachgezählt, es werden wirklich 18 Leute geköpft. Hast du mit deiner Mutter dann Sweeney Todd zumindest angeschaut? Nein, Gott, bewahre ich mich. Ja, ich weiß auch noch, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe und fand ihn irgendwie den krassesten Film, den ich je gesehen habe und war total schockiert und habe den mit anderen Augen gesehen. Ich weiß gar nicht, wann kam der raus? 99? Und ich habe ihn wirklich relativ früh gesehen. Zu früh, mag man sagen. Also in meiner Erinnerung war der sogar damals ab 12 und dann wurde er hochgestuft. Weil ich weiß noch, das war wirklich Thema, dass sich viele aufgeregt haben, dass der ab 12 ist. Und das ist halt wirklich ein 16er. Der ist halt wirklich garstig. Der ist sehr brutal. Der ist sehr blutig. Der hat, wie bei Hexenjäger, hat dieses Märchenhafte, was sich so ein bisschen davor bewahrt, halt wirklich so ins Ultrasplättrige abzudriften. Aber der ist halt wirklich brutal. Und das Schöne ist, dass er die Gewalt ja auch durchaus als Stilistik verwendet. Also wenn halt der Itchible Crane in diesem Baum der Toten rumwühlt und dann hinter der Rinde halt nur noch Fleisch und Blut und Gedärm sich befindet. Das ist halt zum einen ekelhaft, aber es hat auch irgendwas Fantastisches. Es ist so ein bisschen halt der Abstieg in die Hölle. Ja, was ich jetzt aber, jetzt wenn man ein bisschen älter ist und so in den Filmen sieht, was mir dann aber immer noch so gut gefällt, also er ist ja nicht mehr ganz so shocking wie damals irgendwie. Aber was mir da auch gut gefällt, weil du jetzt schon diesen Hammer-Vergleich gebracht hast, es gibt auch auf YouTube ein schönes Video von irgendeinem Typen. Schönen Grüße an den Kollegen, keine Ahnung, der dann auch irgendwie Vergleiche... An den Kollegen YouTube. Vergleiche zu... Der Andi kennt sie halt alle. Vergleiche zu den alten Hammer-Filmen irgendwie aufzeigt und so. Was meinten die für Hammer-Filme? MC Hammer oder so? Kettasch, das ist... Oh Gott, ich würde so gern Sleepy Hollow in der MC Hammer-Version, wenn sie alle mit so Bluderhosen rumlaufen. Ich stelle gerade die Szene vor, wenn der eine Typ sich da in die Kirche zurückzieht, weil der korpsereiter nicht rein kann und der Typ da in der Kirche so singt so... Genau, der steht an der Kirche in der Eingangstür und sagt dann Stop! Hammer-Talm. Max Hammer Studios sind jetzt wieder ein britisches Filmstudio, die sehr erfolgreich waren in den 50er, 60er und 70er Jahren mit ihren Horrorfilmen so Dracula und die Mumie. Das ist so die Zeit von Christopher Lee und Peter Cushing. Ah, wunderbar. Vielen Dank für diese hellende Info. Du hast halt auch ziemlich viel von dem Cast, also Christopher Lee natürlich als prominentestes Beispiel, aber irgendwie, ich glaube, Ian McDermott nicht, Michael Goch, wie man ihn ausspricht. Da waren ja anscheinend auch viele bei diesen alten Filmen dabei. Allein schon dieser Cast ist so großartig. Wollte ich gerade sagen, also gerade dieser Männer patriarchalisch Patriarch... Lass es raus! Männer Männer... Männer... Genau, Männer sind dabei. Diese Männer. Diese Männer-Cast von den Männern. Der ist ganz schön gut. Geballte Kompetenz. Ich weiß, was du meinst. Also das Interessante ist ja, dass es ja um das Patriarch geht, also das männliche Patriarch und dass im Grunde ja zwei Frauen aber sehr wichtig sind. Nämlich einmal Christina Ritchie als Tochter dieses, ich glaube, Bürgermeister ist es und einmal halt ihre Stiefmutter. Und das ist ja auch dieser sehr, das ist sehr märchenhaft, weil, Achtung, Spoiler, die Stiefmutter ja die Böse ist. Und du hast, wie gesagt, glaube ich, nur zwei wirkliche, okay, eigentlich hast du drei wichtige Frauenfiguren, nämlich die Mutter von Itchibu Cray noch, was wir in Rückgründen sehen und das ist ja wirklich, finde ich, immer noch die heftigste Szene. Ja, darauf wollte ich später noch, da wollte ich vorher noch zu sprechen drauf kommen, weil jetzt diese ganzen Szenen, die alle so übertrieben witzig sind und jetzt an so Hämmer, alberne Horrorfilme erinnern, die kann ich jetzt, da verstehe ich jetzt nicht, dass das damals irgendwie heftig war, weil das ist ja alles so drüber und albern eigentlich. Okay, als Kind vielleicht doch nicht so, aber ich weiß, wo ich das wieder gesehen habe, weiß ich noch, was mich so verstört hat und das waren diese ganzen Flashbacks, weil das war ja schon, da kippt die Stimmung so ein bisschen, das fällt so ein bisschen raus aus diesem ganzen. Es ist ja auch so ein ganz anderes Design, da hast du auf einmal diese komplett weißen Wände und es schaut eigentlich, dann hast du diese blutrote Tür, das hat so ein bisschen was von Shining. Ja, das ist irgendwie, ich habe schon irgendwie auch Kritiken gelesen, dass die so ein bisschen überflüssig waren, fand ich aber gar nicht. Erstens, also stilistisch fallen sie ein bisschen raus, finde ich, weil die sind dann sehr düster und sehr ernst, was mir aber gefällt, dass man dann durchaus auch mal dann doch diese düstere Note auch in Ernst hat und außerdem erklärt das ja auch so ein bisschen seinen Background, warum er eben, sagen wir mal, der Kirche abgeschworen hat und so und das, ich fand das schon irgendwie sinnhaft. Außerdem, natürlich ist es sinnhaft. Außerdem sehen wir dann noch mal Tim Burtons alte Muse, Lisa Marie, genau, die dann ersetzt wurde von Helena von einem Kater und das wurde von Eva Green. Genau. Genau. Ja. Ich finde, es ist der Tim Burton nichts, der Tim Burton. Das ist Tim Burton auf der Spitze, oder? Ja. Also es ist, was so Fantasy angeht, Tim Burton at his best. Vielleicht auch halt durch die Gewalt alleine auch der erwachsenste Tim Burton jetzt und auch von der Thematik her, weil ich habe ja schon gesagt, das Patriarch, es ist durchaus eine Kritik an einem Patriarch zu erkennen oder allgemein auch so eine kleine, ja, es ist eine Satire, aber dass dieses Patriarch gar nicht bemerkt, dass das halt unter ihnen wirklich mächtige Frauen wandeln, was ja auch dann wieder ein bisschen gespiegelt wird, dadurch, dass du halt eben siehst, dass, ich weiß nicht, ob es Echibot Cranes Vater war, dieser Pastor, aber, dass halt die Frauen auch so mundtot gemacht würden. Also ich habe irgendwo mal in einem Essay gelesen, dass es in Sleepy Horror eigentlich auch so um die Rache der Frauen geht. Ob das jetzt wirklich so ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Das könnt ihr uns ja gerne in die Kommentare dann schreiben. Aber nur, wenn ihr glaubt, ja, ich habe recht. Also du hast recht. Ja, das ja auch, macht schon Sinn. jetzt, wo du es sagst. Was ich halt auch schön finde, du hast diese komische, ein bisschen trashige, das sage ich schon wieder, aber so ein bisschen humorvolle Horror-Hommage. Dann hast du eben solche Themen, die du gerade angesprochen hast. Aber dann hast du halt auch so eine Art, es ist ja so ein bisschen Krimi-Plot. Also dann, das hat mich teilweise immer ein bisschen gestört, auch wenn ich den Film jetzt zum zehnten Mal gesehen habe. Diese komischen Verhältnisse, wer jetzt mit wem verwandt ist und das und so, das überfordert mich immer ein bisschen. Also an wen da das Erbe, an wohin und wie da genau der Plan ist, wer jetzt hat, warum wen umbringen lässt und so. Das überfordert mich immer, wenn ich sie ein bisschen. Also vielleicht liegt es einfach daran, weil ich sie heute jetzt schon echt oft gesehen habe, aber ich fand das immer ganz angenehm. Es hatte halt wirklich so eine Kriminalhandlung. Das finde ich auch, aber ich kann dann immer trotzdem nicht ganz folgen. Also warum würde jetzt der nochmal umgebracht und dann vergesse ich den Namen immer und dann so, ah der, Phantassel ist wer und wie und hä? Dann kann ich da immer nicht folgen. Phantassel ist der Bürgermeister, also der Chef vom Dorf, dieser Michael Gambon. Ja, das war jetzt der einzige Name, der gerade noch eingefallen ist. Aber jetzt zum Beispiel diese Familie, diese junge Familie, diese junge Familie, die dann samt Kind umgebracht wird zum Beispiel, was die nochmal für eine Rolle gespielt haben. Da war es so, dass der Mann diesen Vertrag mit unterzeichnet hat. Okay, danke. Außerdem habe ich mich auch sehr gefreut, mal wieder Caspar van Dien zu sehen. Völlig krass. Den hat man ja vorher eh nur in einem Film glaube ich wirklich gesehen, oder? Ja, Starship Troopers. Oder kam der dann auch? Auch ein modernes Märchen. Ja, ich glaube, dass der sicherlich noch ein, zwei Filme mehr gemacht hat. Er hat unglaublich viele Filme gemacht, aber die meisten davon sind Schrott. Ja, und ich kenne nur die zwei, deswegen ist er für mich einer der größten Schauspieler unserer Zeit. Ja. Der hat nie schlechte Filmrollen genommen. Also Caspar van Dien hat, Hör auf jetzt, mach es mir nicht kaputt. Den hat es natürlich zerrissen vor Freude, dass er bei Steve Hollow mitgemacht hat. Oh, aber worauf wir auch noch zu sprechen kommen wollen, oder ich zumindest, einer der anderen großen Schauspieler unserer Zeit, der hier auch eine der besten Rollen hat, Christopher Walken. Alter Spiel. Also jeder, der sich gefragt hat, was macht eigentlich Christopher Walkens Figur, nachdem er Batsch bei Fiction die Arschung überreicht hat, der ist dann nach Steve Hollow gegangen. Ja, genau. Und Christopher Walken, der ja immer durch scharfe Dialoge auffällt, hat hier eine sehr dialoglastige Rolle. Wobei, ich finde, eine der schönsten Szenen, die es in dem Film gibt, ist diese Rückblende, wo gezeigt wird, wie er halt eben geköpft wird, wenn er diese zwei kleinen Mädchen trifft und die dann wirklich so über die, fast über den Boden schweben, wie Geister und dann einfach nur so macht und dieses Mädchen einfach durch den Zweig nimmt und Ja. Das ist schön. Da sind wir wieder bei Shining. Die Shining-Zwillinge haben den hessischen Reiter zur Strecke gebracht. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich glaube, das ist irgendwas mit Männern wahrscheinlich, oder? Ne, ich glaube, ich muss jetzt auch zugeben, dass Johnny Depp damals, glaube ich, schon ein, also ich weiß nicht, der findet, das ist nicht so gut, oder? Da hat er noch nicht dieses Image. Entschuldigung. Weil jetzt, wir haben ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich jetzt zur Zeit keine Lust habe, mir From Hell nochmal anzuschauen, obwohl ich den Film eigentlich ganz gut finde, weil ich irgendwie gerade keine Lust mehr auf Johnny Depp habe. Aber damals hatte er dieses Image noch nicht und ich habe es jetzt auch, er ist schon sehr komisch, schrullig und so und jetzt hat man halt nur noch solche Sachen irgendwie. Aber ich fand es da irgendwie noch lustig. Aber eigentlich, aber eigentlich verkörpert er ja durchaus den Zuschauer, weil er glaubt ja an die Wissenschaft, also genau wie wir. Ja, es ist ja so eine Art, kann man schon sagen, CSI, Sleepy Hollow. Und für ihn das ist alles neu und er hatte auch Angst. Also ich habe das immer so gesehen, dass Johnny Depp wirklich so wie Zuschauer sind. Also wie würden wir reagieren, wenn wir da in so ein Dorf kommen und glauben, wir sind halt den anderen überlegen und plötzlich läuft da so ein kopfloses Vieh umher und kippt Leute. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen. Max, Entschuldigung. Was? Max? Nee, ich meinte ja eher, dass das, gut, er hat 1999 vielleicht eine seiner ersten Rollen in der Hinsicht. Da kannte man es noch nicht, aber er hat ja danach dann immer wieder diese gleichen schrulligen, tödligen Gesichtsausdrücke, die er dann als Jack Sparrow mehr oder weniger dann perfektioniert hat, sozusagen. Also dieses, keine Ahnung, es sieht immer so aus, als wie die Haller vorhatten, keine Ahnung. Ja, wo er mit dieser Akku so komisch zögerlich in den Baum hackt und ihm das Blut rein spritzt, der ja schon. Ja, oder diese eine Szene, wenn er zu dieser komischen Hexe kommt, dann in die Tür aufmacht und palippalipp. Ja, genau. Eine Flasche Krötenaugen. Ja, danach wurde es blöd. Edward mit den Scherenhänden, Edward Sleepy Hollow, danach Kingsberg ab. Das haben wir jetzt einfach mal so festgelegt. Ich bin ehrlich. Nein, 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 Sweeney Todd, Sweeney Todd, Großbrit. Ich bin ehrlich, also Sweeney Todd mag ich auch, obwohl es ein Musical ist, aber zum Beispiel, ich kann mit Flugdecker Rebik nichts anfangen, bin ich ehrlich. Ja, ich auch nicht. Boah, geil. Lass uns mal so einen Anti-Flugdecker-Rebik-Cast machen. Den ersten fand ich noch ganz unterhaltsam. Du bist raus. Okay, Entschuldigung. Aber Sweeney Todd, das spielt halt jetzt mal eine andere Rolle. Aber vielleicht wählt ja Andi jetzt als nächstes Piratenfilme, die in der Rebik spielen. Das habt ihr jetzt davon. Ich nehme Flugdecker-Rebik 1. Du kannst 2 nehmen, Max. Du 3. Egal. Nee, aber das war ja auch schön bei Sweeney Todd, dass er da mal keine schrullige, komische, witzige Rolle spielt. Und das ist eigentlich, ach Gott, das ist ja. Aber Sweeney Todd ist eh der falsche Film. Ich weiß. Aber vielleicht nehme ich hier als nächstes Musical-Verfilmungen. Oh Gott, bitte nicht. Nein, bitte nicht, nein. Okay. Nee, was. Egal. Danke, danke. Aber was du gerade noch gesagt hast, das fand ich schön, dass er so als wir, als Zuschauer, in eine eingeschworene Gesellschaft kommt. Das fand ich nämlich auch schön, wo er dann immer durchs Dorf spaziert und alle Fenster zugehen und sich eher dann irgendwie von außen nur sieht, wie dann die eingeschworenen Gemeinschaften und so. Das hat mich dann, das ist auch so ein so ein klassisches Stilmittel, so Wicker Man mäßig oder auch Midsommar oder so, keine Ahnung. Da kommt so der einsame Außenstehende, der keinen Plan hat, in so eine eingeschworene Gesellschaft rein. Ja, Midsommar ist vielleicht unpassend, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wobei ich mir das jetzt wieder rum vorstellen muss, wenn Ichabod Crane in MC Hammerhosen ins Midsommertorf geht und mit der Blumenkönigin irgendwie ein Dance Battle macht. Sehr schön, sehr schön. Ja, warum schicken wir nicht gleich Sledgehammer nach Sleepy Hollow? Ja, auf jeden Fall können wir uns darauf einigen, dass Midsommar und Sleepy Hollow einen sehr ähnlichen Style haben. Was? Die Farben, die bei Sleepy Hollow, die bei Midsommar übrig geblieben, verwendet Sleepy Hollow. Ich wollte gerade eben schon sagen, ja, ja, die schönste Szene ist, wenn Constable Crane da durch Sleepy Hollow wandert und sagt, ich dachte, alles schön, alles schön. Ja, und die Musik ist natürlich auch wieder klasse. Die Kamera von Emanuel Lubezki ist auch so ein bisschen. Ja, wusste ich übrigens gar nicht, dass der da seine Kamerafinger auch in der Linse hatte. Grüße gehen raus an Lasse und Dom. Ich dachte an Emanuel Lubezki. Wenn, dann grüßen wir schon an die ganz Großen. Ja. Ach so, Dom. Tolle Kamera, aber etwas Sleepy Hollow, Jungs. Gut gemacht. Super. Ihr zwei. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ich dachte eigentlich mehr, dass meine Mutter geschwängert wurde. Haben die beiden auch was mit zu tun? Was? Ich bin ohne Vater groß geworden. Lerne ich jetzt meine Erzeugung? Egal. Okay. Ich habe irgendwie den Faden verloren. Wir driften wieder ab. Nee, nee, wir driften gar nicht ab, weil wir machen jetzt die Wertung. Und der Max darf sich ein Wertungssystem ausdenken. Er gibt Männer, garantiert. Köpfe. Okay, ich gebe Männer. Nee, ich nehme so lustige Richterperücken. Okay. Okay. Ich gebe vier von fünf lustigen Richterperücken. Okay. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, vor kurzem jetzt nochmal gesehen auf Netflix und hatte wieder meinen Spaß. Ich habe ihn vielleicht doch zu oft geguckt. Früher wären es fünf, jetzt sind es 4,5 Richterperücken. Ganz, ganz toller Film. Und wie gesagt, neben Ed Wood wahrscheinlich mein liebster Tim Burton. Bei mir ist er auch ein bisschen in der Wertung gesunken. Ich bin von 4,5 auf 4 Richterperücken. Rücken runter. Aber ich finde ihn immer noch großartig. Vor allem, wie du schon gesagt hast, Tim Burton is its best. Ja. Ist ja auch ein bisschen richtungsweisend, glaube ich. Vom Look. So, und jetzt machen wir das, worauf ich mich schon den ganzen Podcast treue. Nämlich, wir teasern jetzt das Thema für die nächste Folge an. Und der Max ist dran. Und der kann sich nicht entscheiden. Und jetzt können wir den Max in die Ecke drängen. Okay, also es ist der Andi dran. Das passiert dir schon zum zweiten Mal. Was ist da los eigentlich? Was? Wieso? Das hattest du vorher schon mal, diesen Drehort. Ach so. Ja, sorry. Ein Bayer ist der wie der andere. Es tut mir leid. Ja, das war klar. Für mich Rheinländer ist, seid ihr halt wie Chip und Shep. Sieht eigentlich gleich aus. Ja gut, ihr habt es herausgefordert. Oh Gott, bitte nicht. Was passiert jetzt? Wir müssen dazu sagen, ich habe heute 40 Themenvorschläge gepostet in unserer Gruppe. Ja, und wir haben alle 40 gelesen. Ja. Wir haben sehr schöne dabei. Wir hatten unter anderem... Darauf freuen. Ja, freut euch schon auf unsere Lieblingsfilme, in denen der Teufel vorkommt. Freut euch schon auf unser Muttertag-Special über Filme über Mütter. Aber dadurch, dass ihr mich so geärgert habt, nehme ich jetzt unsere Lieblings-Musical-Verfilmungen. Ich hasse dich. Nein. Ich hasse dich. Ich bin ja dafür, dass ein Bayer pro Cast reicht. Ich auch, du auch machst das. Du, ich weiß nicht, ob Andi ist... Andi, bist du gebürtiger Bayer? Na klar. Das Schlimme ist, Andi ist auch Linkshänder, so wie ich. Ja, ich sag's ja. Und da wundert ihr euch, warum ich euch nicht auseinanderhalten kann. Also bitte. Ganz wirklich... Musical-Verfilmungen. Nicht wirklich, oder? Doch. Kannst du das noch ein bisschen einschränken? Nein. Wie wär's mit Musical-Verfilmungen, wo Haustiere die Hauptrolle spielen? Nein. Hätten wir alle das Gleiche. Okay, wirklich Musical-Verfilmungen. Ja, dass du hofft jetzt schon auf den Release-The-Butthole-Cut oder wie war das so? Naja, Cats haben wir ja erst besprochen. Ich meine, die Sachen lassen wir ja raus. Ah, okay. Also, wenn sie schon mal im Telestammtisch drin waren. Gott. Ja, es tut mir leid. Aber dann seid ihr echt selber schuld. Nee, vielleicht werde ich mich da selbst herausfordern mit irgendwas. Ich hab tatsächlich zwei Musical-Filme, die ich ganz gern mag. Das Problem ist ja einfach, dass man, man muss ja drei Filme gucken. Das ist die Kacke. Wenn es nur ein Musical wäre, würde ich sagen, okay, dann habe ich halt meinen Jahresbedarf an Musicals gedeckt, aber drei ist das Problem. Ja, also, ich cheate ja auch mal hin und wieder hier in dieser langen Ära, die wir schon hinter uns haben, dass ich Filme, die ich vor drei Jahren das letzte Mal gesehen habe und mich noch daran erinnern kann, welche Farben drin vorkommen, die schaue ich mir dann nicht nochmal an. Aber bei Musicals wird es echt hart. Ja, ich hab das jetzt auch gewählt, weil wir gerade zu sprechen drauf kamen, ihr mich geärgert habt und außerdem, ich als großer Aber-Fan muss gestehen, ich hab immer noch nicht Mama Mia gesehen. Ich hab aber auch keinen Bock drauf, aber irgendwie. Den hab ich noch nicht gesehen. Bitte nimm nicht Mama Mia. Ja, hier nochmal der Aufruf an diese zwei Zuhörer, die wir noch dabei haben. Könnt ihr bitte mal in die Kommentare eure Lieblingsmusical-Filme posten und natürlich auch Themenvorschläge, die wir natürlich ignorieren werden, weil wir haben eh genug. Aber trotzdem freuen wir uns immer über Feedback, vor allem wenn es öffentlich in die Kommentare gepostet werden und nicht nur direkt an unseren Chef geleitet werden. Der sich übrigens überhaupt nicht drüber freut, wenn er überhaupt Kommentare bekommt. Naja, ihm ist das doch auch egal. Okay, na, ist egal. Ich will hier ein bisschen rumlügen. Das kann er sich immer schön aus der Affäre ziehen. Ich hab nichts damit zu tun. Ja, ja, dann wird der Scheiß immer an uns weitergeleitet, weißt du, und da müssen wir die Sachen beantworten. Und da wir drei ja eh von nix eine Ahnung haben, wir haben nur eine Meinung. Also passen wir zusammen, hört unseren Podcast und kommentiert, dass ihr ihn toll fandet. Punkt. Außerdem hätte ich gerne eure Meinung zu Maxens wunderschönen Gesang im Intro gehört, wenn das nicht mal Knaller war. Oh, ich hätte eine Idee. Ich würde gerne als Musical einfach die erste Ausgabe von Horst nehmen. Wie geht das? Gibt es Horst, das Musik? Boah, zählt eigentlich? Okay, wir werden es wahrscheinlich dann später nochmal diskutieren. Aber wenn ich jetzt Mandy, das Musical von Helge Schneider nehme, gilt das? Das Musical? Kenn ich nicht. Mandy, das Musical. Mit W. Mit Niklas Kelch. Wie lange geht das? Hä? Wie lange geht das? Wie lange das geht? Das ist eigentlich eine Theater, ich weiß nicht, vielleicht so 1,20, 1,30? Also nicht Minuten, sondern Stunden. Geil. Wir lassen uns überraschen. Ja. Okay, muss ich mal gucken. Außerdem wird der nächste Podcast dann komplett gesungen eingesungen. Okay, jetzt bin ich raus. Ich würde jetzt wie jemand anderen für Horst 3 holen. Ach, komm schon weiter. Ja, es ist schade, dass Andi gehen will oder Max, keine Ahnung, ob er bald jetzt das gesagt hat. Wer hat da mit mir gesprochen? Ihr habt es zuerst gehört. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Oh Gott. Oh nein. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Vielen Dank.